2.2 27 Das ist eigentlich unser Film in Deutschland ohne Zweiter ausgesprochen Das ist super, aber sie haben die Künstler und die Sonny Zeps Olli, und Wernerpropfen schon mit dem Gellentzüge eigentlich Der Ziel von diesem Flugzeug ist möglichst schön, möglichst gut, fertig, und ich würde gerne mal abknüpfen und eigentlich so einfach wieder abknüpfen. Vor allem unsere Kalken. Mit Grosuch, etwas von Spiritschern, was es gibt. Vor allem mit zwei Maschinen. Wenn ich Jackfliegen lernen möchte. Ich habe die erste neue Strecke-Kultur. Wenn wir den Namen der Liedschwassi, das ist der Wohrmann, die eine Die, was wir noch haben wollen. Tutsi hat so hochreichend ihn entwickelt. Abschieds- und Worte zu Drachlis, sondern auch richtig. Während der Kira-Werner, die Pravete hatten einige Intelligenzen und einige Konten drin, kommunizieren, wie auch mit dem Flugzeug. Geben am Piloten eine Rückmeldung. Ist der Abschluss erfolgreich zu sein? Oder eben nicht? Die Raketen sind ausgerüstet, mit Zeppau-Kamera, mit Ultraviolett-Kamera, mit Infrarot. Je nach Einsatz kann man die Rakete wählen. Sie können sofort eine Rakete-Konstell mit der kürren Variante aus dem Flugzeug holen. Jetzt anscheinend. Wunderbar! Ja! 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 Sie sehen in der Mitte die Luftbrand, die ausgefahren ist, somit er aufgesetzt hat. Hier haben wir auch an der Stelle für die Perfeste vorgelegt. Auf Wiedersehen! So ausschließlich. Ja! Es war jetzt hier ein bisschen an der Frau Kornel und die kalt. Ja! Vielen Dank.